Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint vor Gelogen. Das Schönste an meinem Bau ist aber seine Stille. Freilich, sie ist trögerisch. Plötzlich kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende. Vorläufig, aber ist sie noch da. Sie wissen aber schon, dass hier noch andere Leute wurden, oder? Hier ist vielleicht die einzige Stelle an meinem Bau, wo ich stundenlang vergebens horchen kann. Die Schleitze ist in der ersten Zeit. Da ist die Schleitze die Schleitze ist. Der Schleitze der Schleitze nicht verweigte, die Schleitze nicht verweigte, aber sie ist in der ersten Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020